Unterwegs mit dem Filmbike, was man alles so erlebt. Diesmal nicht mit der Filmkamera am Bike. Perspektiven ohne Grenzen. Es kommt dort, wo mein Film repräsentiert wird, kommt er auf. Vorsicht. Ich gebe Ihnen gleich meine Visitenkarte. Family on Tour. Von wo kommen Sie? Von Bamberg. Aha. Ja, da bin ich geboren. Ich habe mich nicht mit dem Weg. Man kann es nicht mehr auf dem Weg. Man kann es nicht mehr auf dem Weg. Man kann es nicht mehr auf dem Weg gehen. Für ein paar? Ja, da bin ich.